hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt nachdem es in den letzten videobeiträgen hier auf diesem youtube kanal ja in erster linie um gold um das edelmetall gold ging ja wird es im folgenden dieses videos heute einmal explizit um silber gehen und zwar werden wir uns einmal genauer anschauen wie es eigentlich dazu gekommen ist oder dazu kommen konnte dass silber kein geldmetall mehr ist ja was ist denn da los denn es ist eine fast schon filmreife geschichte für einen hollywood krimi blockbuster aber bevor es los geht ja lade ich an dieser stelle ganz herzlich dazu ein jetzt völlig kostenlos diesen youtube kanal hier zu abonnieren und auch die glocke zu aktivieren das ist die beste unterstützung die ihr mir geben könnt damit es hier auch munter weitergeht ja jetzt aber endlich endlich zur sache und ich setze im jahr 1699 an als die londoner handelskammer nämlich offiziell erklärt hatte dass silber nach allgemeiner übereinkunft in der ganzen welt als das gesetzliche zahlungsmittel anerkannt wurde und wohl bemerkt nicht physisches gold sondern physisches silber in form von münzen denn gold wurde in erster linie von staaten als weltgeld für internationale verrechnungen gebraucht die londoner handelskammer hat sich mit der äußerung über silber also auf das inlandsgeld bezogen ja jedenfalls wurde um die jahrhundertwende herum auch die bank of england als londoner zentralbank gegründet und wie das seit jeher so ist hat man dann zur finanzierung von kriegen zunehmend versucht das gute geld abzuschaffen indem man zunächst ja den wert der umlaufenden silber münzen niedriger festgesetzt hatte denn immerhin und das dürfen wir nicht vergessen war das britische weltreich bestrebt seinen weltweiten status als koloniale hegemonial macht aufrecht zu erhalten und einmal ganz nebenbei bemerkt haben die engländer im zuge ihres kriegstreibens auch die konzentrationslager erfunden tatsächlich um aufstände methodisch niederzuschlagen und ich für meinen teil bin jedenfalls immer wieder erstaunt darüber wie wenig menschen das überhaupt wissen und es spricht definitiv nicht für unser bildungssystem aber das ist ein anderes thema aber so viel sei gesagt um die grausamkeit der englischen soldaten einmal zu demonstrieren während des indischen aufstandes im 19 jahrhundert hat man aufständige vor die mündung einer blind geladenen kanone gebunden ja und durch den luftdruck des schusses wurde dann der jeweilige menschliche körper in zahlreiche stücke gerissen und das haben die englischen soldaten dann mehr oder weniger im spaß fortblasen genannt ja und ja aber bleiben wir im 19 jahrhundert und kommen wir wieder zurück auf das silber zu sprechen wenn wir jetzt in die usa schauen dann war es nach dem dortigen münzgesetz von 1873 so dass der standard silber dollar dass er plötzlich ja nicht mehr unter den zu prägenden münzen aufgeführt wurde ja und tatsächlich wurde das auch erst viel später erkannt offensichtlich und jetzt wird es wirklich interessant denn glaubwürdigen quellen zufolge war es so dass es seinerzeit britischer einfluss gewesen war der mittels lobbyarbeit und korruption die annahme des besagten münzgesetzes im repräsentantenhaus gefördert hatte ja glaubwürdige quellen wie gesagt also wieder einmal die engländer die ihren willen durchgesetzt haben wenn man so will und die mehr oder weniger subtil den auftakt für eine weltweite entmonetarisierung des silbers gegeben haben und wenn wir nach deutschland schauen dann war es schon im mai 1879 so ja so einige wenige jahre später nach dem münzgesetz in den usa wie gesagt war es dann im mai 1879 in deutschland so dass die einziehung der abgenutzten deutschen silbertale und die veräußerung des daraus gewonnenen silbers eingestellt wurde und zuletzt war es an die chinesische nationalregierung die im jahr 1934 zu einem papiergeldstandard übergehen musste musste ja weil seit 1933 in den usa ein subventionsprogramm für silberproduzenten umgesetzt wurde es hängt also alles in gewisser weise zusammen ja aber wie das halt seit jeher schon ja schon immer war es so wie das seit jeher so ist interessiert ist die breite masse ganz einfach nicht und je mehr zeit verstreicht desto mehr verbrechen werden vergessen und in bezug auf die entmonetarisierung des silbers war das zumindest nach dem senator vom silberstaat nevada im 19 jahrhundert nach ihm war die entmonetarisierung ein verbrechen und wenn wir danach gehen ja dann war es ein verbrechen das bis heute größtenteils verschwiegen wird so viel oder so wenig für das heutige video noch viel mehr einzelheiten zur entmonetarisierung des silbers die erfahrt ihr auf wissenschaftlicher grundlage in meinem buch jahrhundert chance silber ich habe mir hier tatsächlich die mühe gemacht einmal die ganze silber geschichte wirklich fundiert aufzuarbeiten und natürlich sind auch alle entsprechenden quellen angegeben ja aber wie sind eure gedanken zu dem ganzen oder zu dem großen silber verbrechen wenn man es so nennen möchte schreibt jetzt gerne einen kommentar unter dieses video und wenn ihr allgemein noch mehr videos von mir sehen und ihr meine unabhängige arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt wie gesagt völlig kostenlos aber nicht umsonst diesen youtube-kanal und falls ihr es bis hierher noch nicht getan habt dann gebt ihr gebt dem video jetzt einen daumen nach oben ganz genau und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten video wieder ich wünsche euch alles erdenklich gute eine tolle restwoche auf bald